hallo hier ist martin von meinen mann keys dass die dachsanlöse für montag den 28.06.2021 und unser dax der war am freitag hier ein bisschen angeln wir ändern uns an das titelbild von gestern beziehungsweise von freitag und so richtig wollte keiner anbeißen wir haben hier ein bisschen ausgelacht oder blöd geguckt auf jeden fall ist da nicht viel gegangen wenn er schnell runter geht zum start dann sollte er die möglichkeit haben durchziehen noch mal so eine zweite bewegung rauszustrecken hier knapp drunter so war die idee gewesen kam schnell runter kam wirklich schnell runter kam schön runter hat sich schön unten reingelegt dann aber nicht verwandelt halt also das ist jetzt weder das noch das andere als es war einfach nur zur seite halt wir haben ein bisschen höher geschlossen als noch am nonnerstag davor das heißt der freitagsschluss steht etwas höher dann haben wir hier ein doji ausgebildet und das also im tageschart zumindest wird es definitiv ein sein wenn der kerzensschluss hier kann nicht sein hier war die kerzeneröffnung hier war der kerzensschluss ein längerer schatten unten an der kerze das könnte ihm leicht nach oben antrieb geben aber das das gibt die situation nicht her dass es eine unentschlossen also der macht es noch unentschlossen triggert sich nicht nach oben ein triggert sich aber auch nicht nach unten ein der wartet einfach liegt zur seite könnte die übrigens sogar noch ein bisschen ausweiten wenn wir hier die bollinger bänder mal angucken geben die er unten raus noch ein bisschen ich sag mal normal bewegungs schwankungsspielraum normaler beischung und so weiter könnte sein dass er zum montag halt wirklich hier auch noch mal ein bisschen unter dem freitag gräbt ohne aber jetzt brachial dann in die knie zu gehen einfach hier so ein dreieck dann ausbildet das würde ganz gut passen oder er arbeitet halt oben raus geht über die 600 drückt sich noch mal raus rent los schiebt sich auch nach 9 30 nach 10 uhr einfach weiter hoch und dann kann auch bis tages dann kann sogar bis den dienstag reinsteigen neue allzeit hoch zu machen das wäre kein thema und muss das halt irgendwo ein bisschen ein triggern noch steht er immer noch an diesem niveau von dem wir gesagt haben dass hier die käufer wegdrücken und wir sind dieses wegdrücken immer wieder und die haben auch druck drin halten aber das ist nicht sonderlich nachhaltig da kommt nicht viel hinterher es ist auch relativ geringes volumen muss man so sagen momentan nicht passiert nicht viel man merkt auch dass das interesse gerade gar nicht so groß ist so für den markt und für die börse die meisten beschäftigt sich eher mit anderen sachen planen irgendwelche urlaube planen vielleicht neues auto zu kommen planen vielleicht hier oder da irgendwas anderes aber so richtig action am markt das ist gerade nicht da und das sieht man in der bewegung halt auch das heißt wir haben jetzt monatswechselwoche wir gehen in dieser aktuellen woche dann schon in den juli rein damit nehmen wir uns immer mehr so langsam der vorakt phase wo der markt dann doch ein bisschen wackeliger auch wird wenn wir uns zurück ins in als der juni gekommen ist erinnert euch was ich damals mal gesagt hatte auch aus tagessicht dass der juni ganz gerne noch mal ein allzeithoch stellt und gar nicht dieses sell in my and go away so prägnant ist sondern dass er im juni noch immer mal ein neueres hoch drüber stellt meistens aber gar nicht mehr richtig getragen kriegt dann können wir vielleicht den tagesschart gucken kann kann ich nicht mehr sagen welche analyse das war das sorgen wann anfang anfang mai mit anfang bis mitte mai gewesen sein und darüber gesprochen haben dass er vielleicht zum juni einfach noch mal durchsticht dann aber wahrscheinlich nicht mehr große trenddynamik aufnehmen kann und langsam anfängt in den sommer rein abzugleiten weil das ist ja etwas was recht häufig zu beobachten ist insbesondere dann die monate august september und wenn wir dann jetzt in juli rein kommen dann ist das schon gar nicht mehr so lang hin und deswegen kann ich mir gar nicht richtig vorstellen dass hier noch mal großartig auch richtig fetter antrieb nach oben rein kommt das soll nicht heißen dass der nicht kommt aber momentan spiegelt der markt ist uns einfach nicht wieder halt dann zeigt uns immer wieder dass sowas abverkauft wird das heißt ich würde fast davon ausgehen dass der nächste auszug nach oben meinetwegen montag komplett nach oben gerade durch ne lasst dir mal die 5 600 überschreiten einschlüssig eintriggern hier auf der oberen route kompletten montag bis hochziehen und dienstag komplett wieder abgeben das wäre eigentlich so sie so nah jetzt ganz passend würde gut reinpassen muss aber ganz klar sagen es sind momentan unheimlich viele die ihn auch unten haben wollen na also da sind sehr 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 viel so ein bisschen wie beim bitcoin halt ne sitzen die ganze zeit haben wir die leute geschrieben der der erreicht viel eher 100.000 als dass er noch mal auf 30.000 fällt dann haben wir gesagt wir gehen lieber raus das bauen unsere position zurück jetzt kommt bestimmt erstmal ein kräftiger rücksetzer was hat er gemacht kommt zurück auf 30.000 jetzt sitzen plötzlich alle da und sagen er fällt auf 20.000 er fällt der fällt auf 20.000 hundertprozentig fällt er auf 20.000 jetzt fällt er los ja und was macht er der bockt auch erst mal gegen und so ist das bisschen auch jetzt hier beim dachs der bockt einfach ein bisschen gegen halt die die privaten versuchen zu erdrücken mit short position sind sich sehr sicher dass er weg kippt und er drückt das halt auf die zeitachse aus und meist sieht man dass er dann so ab kleckert so das macht ja nicht viel spaß auf short seite die leute sind immer auf die schnelle bewegung aus und dann kommt nur so ein abgekleckert und sind meistens nach 10 20 30 40 50 punkten runter nach mehreren stunden oder vielleicht im ganzen tag schon manche wieder aus der short position raus und dann nimmt er hinten raus immer in sowas dann erst bewegung auf von daher ich finde das eigentlich ganz passend wenn er zum montag nicht die 600 übertriggert also nicht drüber steigt sie über die hochs vom freitag 6 30 na wenn er wenn er sich zurückdrückt spätestens ab 39 würde ich das sehen wollen von ihm er sich zurückdrückt wieder unter die 560 vielleicht auch nicht unter den 550 und dann hier so ein bisschen alle 15 rum spielt na das ist auch wichtige entscheidungsmarke da würde einfach rum blödeln wie ein idiot immer wieder zurück zur 550 gucken das könnte ich mir für den montag ganz gut vorstellen dass es sich dann einfach wieder so einen relativ schwachen wochenauftakt holt den haben wir die letzten wochen oft mit einem aufwärtsgap eingeleitet gesehen er passt ein bisschen auf wenn es kommt aufwärtsgap und dann direkt runter drücken das kann dann durchaus auch wieder bis in den dienstag reingehen und wird wird hier ganz gut reinpassen also ich glaube da sollte man momentan wirklich ein bisschen geduld mitbringen das ist eigentlich das was ich sagen will nicht nicht versuchen zu eng und zu hart mit ihm da zu agieren und zu viel zu wollen vor allen dingen auch das bestraft er dann eben auch einfach mal schnell wir sind aus dem keil erstmal raus das erhöht grundsätzlich schon das potenzial und die chance auf der unterseite aber er muss halt auch aus seinem pullback den er hier jetzt gemacht hat auf das keilbruchenniveau dann auch erstmal wieder eine bewegung reinkommen und die wird langsam anfangen die wird widerlich sein wahrscheinlich hinten raus tempo aufnehmen wenn er dann runter kommt aber ich glaube wenn der hier erstmal runter geht auf 15 kommt auch noch mal hoch machte ich dir macht ja noch bestimmt also wird mich gar nicht wundern wenn er hier die woche zur seite bleibt oder zumindest bis zum monatsauftakt juli dann noch mal kleinen stilz nach oben und dann geht es langsam richtung sommer abgekleckert nach unten das fände ich finde ich recht passend ich persönlich würde oberhalb von 6 30 ihm oben raum geben dass man vielleicht auch lang position aufbaut eine durch stabil bleiben ruhig bleibt seitwärts muster macht und dann wieder nach oben anstößt dann sind das stellen wo man kurzfristig auch long position mitgehen kann so mittelfristig langfristig bin ich auf dem niveau ich persönlich kann eine lange position wir haben ja auch unsere tf ein bisschen zurückgebaut gehabt vor paar wochen war nicht merklich anderes großartiges niveau also war nicht doll viel tiefer gewesen weil man einfach auch erwarten dass da bald auch mal wieder ein bisschen was zurücksegelt insbesondere jetzt wo die leute wieder geld ausgeben können für urlaube für andere sachen wo nicht mehr alles in den markt geblasen werden kann wenn dann die notenbanken auch mal aufhören da volle pulle die ganze zeit rein zu halten wird man das bestimmt auch merken gut von daher chartseitig wie gesagt der keil ist gebrochen gibt nach unten potenzial bestätigung haben wir in dem sinne noch nicht verweigert denn nach wie vor sind seitwärts ein konsolidierungs muster das muss jetzt mal aufgelöst werden solange das ist hat er hier noch seitwärts auflösen kann aus nach oben man dem über 6 30 geht dann hat er platz bis 6 70 700 800 und mehr löst es nach unten auf muss er unter die 510 muss er unter die 470 drunter unter die 460 drunter und kann sich dann noch mal bis zu der channelkante hier unten bewegen solange dass man nicht passiert nicht zu ungeduldig rangehen lasst ihm die zeit die er hat wird schon hinten raus dann noch spaß machen glaubt mir mal da muss man nicht zu sehr erwürgen nicht dass man sein ganzes pulver dann verschossen hat und dann fällt der markt irgendwann richtig los und man steht vielleicht long drin irgendwelchen quatsch gemacht hat halt obwohl man die ganze zeit short wollte das sollte man dann schon vermeiden halt na ja also von daher ich glaube hier ist geduld momentan auch ein bisschen gefordert so ein bisschen ja die 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 angler mentalität aufnehmen und dann gucken wir mal was er macht aufwärts gelb und direkten abverkauf fände ich finde ich negativ macht dann aufwärts gelb hält das drückt sich hier weiter hoch alles alles was sie über 6 30 geht und stabil wirkt und und weiter hochdrückt schön längere grüne kerzen bildet als rote bildet das sind alles signal um dann eben doch noch bis 800 und wenn wir dann hier noch mal hoch kriegen dann ist das halt so immer das gerne noch mit dann gucken dann dass danach die signale kommen ansonsten neue signale unten rauskriegen wir eben erst hier drunter und das dazwischen ist seitwärts damit würde ich es hier belassen wollen wird das video zu machen wünsche euch viel erfolg zum montag und wie gesagt nicht ganz zu erdrücken aber trotzdem aufmerksam bleiben weil diese auflösungsbewegung das hat man hier auch gemerkt die kommen ganz 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 schnell dann auch ganz punktuell fängte langsam langsam an und plötzlich ist da und wenn man da nicht bei der sache gewesen ist und sich was das ich gesagt hat hier zwei wochen ich gucken gar nicht an das war dann schwierig dann darauf zu kommen wenn man dann meistens glaubt dass es schon zu weit gefallen ist und so weiter und dann sucht man longposition im abwärtstrend und so weiter hoch zu natürlich genau andersrum da muss man schon also ich würde schon mit einem auge immer mit dabei bleiben aber muss jetzt auch nicht jede ich sag mal jede viertelstunde da drauf gucken dann wenn der zeigt dass er nicht viel bewegung hat dann guckt man halt bloß mal jede keine ahnung zwei vier stunden da drauf dreimal am tag das reicht vollkommen um ein bisschen blick zu behalten wie der heute drauf ist und ob man da großartig schon an die swings ran kann an die größeren position für das kurzfristig ist natürlich so seitwärtsgeschiebe auch okay aber die meisten von euch handeln ja eher die größeren strecken sind ja gar nicht so davon freuen wenn ich immer sage was wir gestern gesagt haben interessiert uns morgen nicht weil wir kurzfristig handeln die meisten handeln ja doch eher länger und ich glaube da ist man dann einfach bisschen geduld gefordert die zunehmenden zeiten die monate die jetzt kommen spielen einen glaube ich eher die karte wenn man hier nach unten raus noch ein paar punkte sehen also ich würde hier zu machen und wie gesagt wir hören uns morgen wieder bis dahin viel erfolg morgen tschüss